Es funktioniert! Cool! Ja! Echt cool und kühl! Das hab ich euch doch gesagt! Danke, Fadi. Du hast unsere Gäste wirklich glücklich gemacht. Machen wir uns nun auf den Weg, Ihren vermissten Freund zu finden. Ich hoffe, er hat sich nur verlaufen. Wenn irgendjemand ihn festhält, steckt er in ernsthaften Schwierigkeiten. Och, hör auf zu jammern, Buttercup. Es ist doch nur ein kurzer Trip zum Nordhorn. Es wird schon nicht so kalt, hoffe ich. Was haben diese nervischen Elfen denn jetzt wieder vor? Vielleicht ist dieser Schnee ja für Blubardos. Sie müssen gekommen sein, um Ihren Freund zu suchen. Wie es aussieht, müssen wir nicht mehr zum Nordhorn. Vorwärts, Buttercup. Los, los! Na los, komm, Yuko. Bevor unsere Flügel einfrieren. Ich komme! Los, geht's! Na, kleiner Kerl? Guter Wurf. Was kann ich sonst noch für dich tun? Er scheint dir was erzählen zu wollen. Hey, komm sofort wieder zurück! Wo ist er denn hin? Wo bist du, kleiner Kerl? Oh, die sind nicht zum Jonglieren. Obwohl er das ziemlich gut kann. Wieso interessieren ihn die Kristalle so sehr? Vielleicht hat das was mit dem Orakel zu tun. Eine eisige Freundschaft wirst du pflegen. Er ist ein eisiger Freund. Ja, aber er versucht uns, die Kristalle zu klauen. Das ist nicht gerade sehr freundlich. Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das? Eins, zwei, drei, vier. Es wird leichter als gedacht. Achtung! Nein! Nein! Nein!